hallo katsche hallo mensch wieso kann ich meine rüstung sehen es ist deutlich bequemer seit hier die betten drin stehen also war gestern noch eine gute idee was hat mir eigentlich vor bevor wir herkamen waren gestern unterwegs für die für die bücher ist für das baum ja ich weiß kaum aufgestellt hingelegt geschlafen es war aber gut war gestern auch sehr anstrengend in wänden gelandet mit dem teleport starb wische luft und so das ist immer macht müde ja bist du da was denn ruhig verbrannt kann ich jetzt nicht wirklich noch bis jetzt und hier fehlt irgendwas 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 fehlt dass uns erst mal grundlos seine bücher geben ja aber wird empfehlen wir werfen die meinung hin vielleicht passt das kannst du denn noch hallo grund ja immer noch nicht verstehen kommt wir werfen ihm einfach die bücher hin das wird schon heißen warum sie mich vorlesen er kann dies selber lesen glaubst du ja okay ihr könnt uns kopieren der soll bücher lernen zu lernen lernen was gescheitig und wirst du irgendwann traurig und jetzt mensch ja wo sind die fischig weiß es nicht wo sie die fischig sind warum sind die fischig weg mensch keine ahnung sie dir ausgebrochen sein können die ja nicht oder katze ist nass da drin sind keine fischig das hast du richtig erkannt wo sind die hin wo sind meine fischig hast du irgendwo können die hier irgendwo raus kann man kann man das ding irgendwie wie du hast es doch so gebaut hier ist doch gar keine klappen die kann doch auch keiner klauen wo sind die hin glaubst du die fischig sind tot weiß es nicht also sie sind auf jeden fall nicht mehr da ich kann doch auch keiner klauen das hätten wir doch mitbekommen ja vor allem wann als gestern hier reinkam und schlafen gelegt haben waren die doch noch da aber wo sind meine fischig weiß nicht wo deine fischig sind es waren meine ja ich weiß alles gut katze wo wir die neue fischig holen nein ich weiß es nicht ja ich könnte da leider nicht helfen ich weiß wo die hin sind ist was ist passiert ich weiß es nicht wo kommt dieser doofe geruch er ist nicht was sind für was hier riecht verbrannt hast du draußen jemand angezündet hast du einen holzkopf angezündet nein aber es würde so aussehen dass beziehungsweise ich könnte mir vorstellen dass er sich selber angezündet hat könnte sein warum riecht sie denn so verbrannt was riecht er so auch ein bisschen also jetzt riecht ist ja noch deutlicher als vorher ich ist auch aber was ist das es kommt aus der stadt hoffentlich brennt die stadt nicht ich glaube nicht sonst würden wir ja schreien die revys hören oder irgendjemand wird auf jeden fall schreien was ist denn die wollen auch weg von da vorne was ist denn was was ist denn hier passiert katze was ist das was hier das war was das war gestern noch nicht da aber wo ist die stadt hin da unten ist verbrennt ein pferd was wo da unten mittendrin wo wenn wir es retten ich glaube das können wir nicht retten und nein wir müssen den das pferd hier retten gibt das pferd noch noch ja aber es ist ein feuerpferd du meinst ein feuerfestes pferd ein feuerfestes wird ja was ist das was ist hier was ist das wo sind die häuser wo sind die anderen ich weiß nicht dass wir an dem krater land laufen was ist das ist alles riesenloch das brennt wieso brennt das ja aber was ist denn was soll das denn wer macht denn so was glaubst du das hat was mit den fisch ist zu tun waren dass die fisch ist das feuer die fisch ist put gemacht ich glaube nicht dass das die fisch ist waren aber das kann doch das also ich glaube nicht dass das gesprengt wurde weil das wert nicht ich wüsste nicht was so viel was so riesen bumm machen kann ist das was machen wir denn jetzt vor allem wo ist die stadt denn das geht doch in die stadt oder müsste nicht jetzt hier gleich die stadt kommen die stadt war doch da schon lange da war die stadt das heißt wieder war die stadt andere katze ich bin die einzige katze ich bin die einzige katze in die die haben bestimmt die fisch ist gefressen die katze jetzt platz aus tot kommen wir müssen wir müssen gucken was was mit der stadt ist ich bin mir sicher die waren also mit meinen fisch ich glaube nicht dass die katzen deine fisch ist geklaut haben was ist denn wie kann denn sowas passieren hier der kindergarten ist noch ist noch in ordnung den hat es nicht erwischt gab so bobby lebt noch ich denke oder bobby wo ist denn bobby war hier am rand ne ja der war vorne irgendwo wo wie ist weg katze bobby ist weg aber ist er umgezogen aber warum sollte bobby den einfach weg gehen weiß es nicht vielleicht hat irgendwas mit dem krater gesehen und es ist hat sich in sicherheit gebracht aber mensch was machen wir denn jetzt wo sind die anderen da hier das das ist alles alles weg das haus vom holzkopf ist es nicht noch das doch hier drüben oder noch das ist auch weg was haben die erwischt aber das sieht aus ist wer es explodiert oder aber aber wo ist wo ist denn meine haus glaubst du das war deswegen weil du die falle ausgelöst hast oh gott nein hoffentlich nicht und nein dann habe ich nein es kann doch keine eine falle bauen nachdem dass es kann doch keine falle bauen bei dem das ganze haus explodiert oder aber was soll das hier denn weiß es nicht über mein zu hause hier war alles möglich hier sind immer noch so komische lila kackhäufchen was ist denn hier passiert komplett unter einfluss zu sein oder hier hinten ist noch alles heil oder oh gott nicht dass mein haus weg ist und ein oder ein und ein dazu müssen gucken ich hoffe mein haus steht noch hier immer kopfschmerzen ja war ja ich glaube dein haus steht noch mein haus steht noch hat sie du kommst ja gleich wieder nicht runter ja hab ja den stab okay ich sehe mein haus geht noch alles das scheint das scheint noch ein hall zu sein ja gott es ist hier nur passiert was ich habe keine ahnung das muss doch irgendwas wieder mit irgendeiner komischen magie zu tun haben oder ich meine niemand baut einfach mal ebenso innerhalb eines tages ein ganzes stadtviertel weg oder wo kommt dann auch das ganze feuer hin ich war keine ahnung siehst du aber ich habe keine ahnung tatsächlich aber ich könnte mir vorstellen dass das wieder irgend so ein zauberzeug war zauberzeug heißt es war wieder jonas oder bei louis hat wieder mist gebaut feuer und so das würde ich diesmal bei louis zu trauen der mit seiner blut mangie was machen wir was was machen wir denn jetzt wir müssen die für sich wieder finden und wenn die wenn die noch da sind fragen werde geklaut hat aber aber wenn wir anfangen zu suchen wo wo ich in der holzkopf ich weiß es nicht das ist so ein haus ist ja komplett explodiert wo ist hier überhaupt jemand siehst du hier irgendjemand nicht nicht sind wahrscheinlich alle am schlafen können wir mal ein bisschen randalieren hier hallo 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 jemand jemand war nicht einer von den bösen ich fand mannett ich war eigentlich auch immer nicht weiß es nicht wer wohnt hier hier wo tobi oder ist doch bestimmt da tobi tobi hallo manja sind alle weg was ist denn mit dem mensch ich weiß es nicht katze meine für sie wieder haben ja aber wie fangen wir das dann an wo kriegen wir die dann her wo waren wo hast du dir nach du hast sie aus diesem vertrockneten fluss begner ich fürchte das ist jetzt auch weg ich kann nicht so gut klettern wirklich was sollen wir denn jetzt machen die für sich sind weg der holzkopf ist weg ich habe luise tagen nicht gesehen weiß es nicht keine ahnung so geht es nicht weiter was soll sowas denn kannst du nicht sagen wir müssen irgendwie weitermachen aber was machen wir denn jetzt aber b Bis zum nächsten Mal.